Ich bin gerade hier in Stuttgart. Ich trete nämlich heute gegen Silvie bei einer Schnitzeljagd durch ganz Baden-Württemberg an. Das Ravensburger Spielland und Bewegt haben nämlich wieder die Aktionen Splat & Yard ins Leben gerufen. Und ich bin super happy, dass ich wieder dabei sein darf. Es geht darum, versteckte Hinweise in ganz Baden-Württemberg zu finden, sogenannte Geocaches. Ihr findet die, tragt dann die Lösung zu dem dazugehörigen Rätsel online ein und habt dann die Chance, tolle Preise zu gewinnen, zum Beispiel eine Reise zum Finale ins Ravensburger Spielland. Und wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch gleich. Jetzt geht es aber erstmal los. Wir machen uns also auf die Suche nach Mr. X & Zinkel in Baden-Württemberg, seine gut versteckten Geocaches. Und natürlich habe ich mir heute Verstärkung geholt. Ich bin nicht allein unterwegs, sondern mit dem Team der DB Regio. Und da sind sie. Jubelt mal kurz, ganz laut. Und mein Team ist auch schon da. Dahinten kommen die Jungs. Alles klar? Hi, servus. Hi. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem ersten Hinweis. Die Koordinaten dafür, die haben wir online gefunden. Wir müssen ein kleines Stück mit der Bahn fahren, dann noch ein bisschen Strecke zu Fuß zurücklegen. Aber vorher, Jungs, brauchen wir noch einen coolen Teamnamen. Was denkt ihr, habt ihr eine Idee? Jungs, ein Teamnamen. Das sind Bewegt Allstars. Ja, Bewegt Allstars. Bewegt Allstars sind unterwegs, Silvi. Weil mein Team so gerne bohlen geht in der Freizeit, quasi als Hobby, und weil alle die Bahn als Leidenschaft im Herzen tragen, stand der Name schnell fest. Die bohlenden Bahner. Leute, habt ihr Bock auf ein kleines Quiz? Ja, natürlich. Warum ist der Eisbär weiß? Okay, du weißt die Antwort. Sag sie, sag sie. Wer wird der Erdbeer. Korrekt. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Ein Schwabe. Die Bewegt Allstars sind angekommen hier in Weiblingen und jetzt müssen wir schauen, wo genau der Schatz ist. Jungs, habt ihr schon eine Idee? Okay. Wir haben jetzt gerade die Koordinaten eingegeben ins Handy und wir schauen mal, wo wir hin müssen. Das müsste doch gar nicht so weit sein, oder? Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Lass uns losgehen. Gehen wir. So, dann führt mich mal hin. Klappt das? Schafft ihr das? Natürlich, wir sind Lokführer. Also Seemax ist es, Radolf Zill. Zeig mal die Route. Na dann, auf geht's, würde ich sagen, zum Seemax. Attacke. Seit einer Viertelstunde laufen wir jetzt hier durch Weiblingen. Wir nähern uns langsam dem Schatz. Wir sind schon ein bisschen geschwitzt, aber bald haben wir es. Jungs, wie ist die Stimmung? Sag mal. Bei dem Wetter am besten, oder? Also was willst du mehr? Schön blauer Himmel. Bisschen Bewegung, super, oder? So, ihr Lieben, jetzt sind wir mitten dabei, hier Richtung Cash zu laufen. Wie ist denn so die Stimmung? Sehr gut. Tolles Wetter, was will man mehr? Es tritt nur noch die Abkühlung im Bodensee. Es wird fröhlich geschwitzt, das nenne ich mal Engagement hier. So ein engagiertes Team, die bohlenden Bahner schwitzen und kämpfen hier für ihren Sieg. So, Jungs, wir treten hier heute an gegen das Team von Sylvie. Ich habe nämlich drei knifflige Fragen dabei und werde mal herausfinden, wie gut ihr im Rätseln seid. Rätsel Nummer eins. Ein Bauer hatte 17 Schafe, alle bis auf neun werden von einem Wolf gefressen. Wie viele Schafe bleiben ihm? Neun. Ja, richtig. Sehr gut. Bewegt Ostars. Ihr seid ja meine. Wenn du mich hasst, willst du mich teilen. Wenn du mich teilst, hast du mich nicht mehr. Was bin ich? Ein Geheimnis. Geheimnis, Punkt Nummer zwei. Stark, bewegt Ostars. Warte, geht's zum Geocache, oder? Jawohl. Also eigentlich ist es doch jetzt genau da, oder? Das ist der Schatz. Ich denke mal, oder? Also, dann schauen wir doch mal. Ich sage, ich stoppe die Zeit. Jetzt. Und go. Willkommen zu dem Event. Ich habe auch mal die Koordinaten gecheckt. Wir müssten hier richtig sein. Wir suchen. Zeit läuft. In 100 Metern erreichen sie ihr Ziel. Gefunden! Die bohlenden Warner haben geglänzt und haben den Cash ziemlich zügig gefunden. Tobi, wir sind fündig geworden. Und ihr? Die Bewegt-Ortstars waren erfolgreich. Aber nehmt mich noch mal kurz mit auf die Reise heute nach Weiblingen. Wie war's für das? Ich fände, es hat richtig großen Spaß gemacht. Und ich denke, wir waren auch recht erfolgreich, indem wir doch, ich denke, recht schnell den Cash gefunden haben. Zwei Minuten und fünf. Das ist unsere Bilanz. Denkst du, Silvi und das Team, die waren schneller? Ich bin mir relativ sicher, dass Silvis Team noch sucht und wir mit den Bonuspunkten und Vorsprung das Ding auf jeden Fall nach Hause holen. Tobi, nimm das. 14,86. Also, wir waren richtig schnell. Habt ihr schon mitgemacht bei der Sommerrallye? Oder wollt ihr noch dabei sein? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Alle Informationen findest du auf www.scotlandyard-bewegt.de. Den Link dazu, den haben wir dir auch in die Videobeschreibung gepackt. Da findest du alle Koordinaten, alle Caches. Und die besten Teams, die erfolgreichsten Teams, die werden dann eingeladen zum großen Finale am 6. Oktober ins Ravensburger Spieleland. Abonniert auch gerne unsere Kanäle. Und wenn ihr da oben klickt, kommt ihr zum nächsten Video. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschau. Tschau. Tschaui. Tschaui.